Ich fahr schon extra tagsüber mit Licht. Ich versuch zu hupen, ich schrei aus dem Fenster. Ich kurbel das Fenster runter, schlag von außen gegen die Wagentür. Ich spiel Public Enemy in voller Lautstärke. Ich schicke Gebete zum Heiligen Franziskus Christoph aus Weiß, der Geier. Ich tue wirklich alles, was man tun kann und trotzdem rase ich pro Woche in mindestens ein Reh. 13 Rehe habe ich. Wir sind froh. 5 Rehe habe ich. Wir sind froh. Wir sind froh.